Herzlich Willkommen zurück liebe Freunde zu Stronghold Crusader 2. Wir sind hier immer noch in dieser großen, auf dieser großen Map, auf dieser großen Gefechts-Map und wir haben immer noch hier unsere, ich sag mal unsere Berg-Grenz-Festung, ich weiß nicht wie ich es nennen soll, die Sultanina haben wir beim letzten Mal geschlagen und jetzt beginnt quasi der große Feldzug gegen den Sklavenkönig und dann haben wir immer noch den Kalifen, das verspricht spannend zu werden, aber die Ratte kann sich hier ganz gut halten gegen den Kalif, also von daher passt das, genau Stein hatte ich selber schon, was ich jetzt neu habe ist Eisen, das ist natürlich sehr hervorragend und wir haben hier mehr Grünfläche, die wir noch nutzen können vielleicht, Schauen wir mal, wobei die Nahrungsproduktion eigentlich ganz gut aussieht Ähm, okay, ich nehme alles zurück Sieht vielleicht doch nicht so gut aus Wird vielleicht, äh, noch mal Zeit, dass wir das vielleicht noch mal ergänzen und erhöhen So Na, wie sieht's denn aus im Vorratslager? Naja, gut, aber wir haben super viel Super viel Mehl eigentlich da und ich kaufe ja auch Mehl ein permanent, also Ja, gut, diese Rückenbogen schützen werden jetzt in die Hölle geschickt Alter, okay, habt ihr den Movegrad gesehen, dass sie sich so ihren Rücken runtergebeugt haben Das war schon ziemlich cool So, die Truppen des Sklavenkönig greifen an, okay Ich hab nur ein Schild Eine Nachricht vom Sklavenkönig Wie ein Wüstensturm werden wir euch verschlingen Oh Okay Eins Man Zwei Okay, du bist Güter, was willst du denn haben? Holz Holz Mist, hab ich nicht Mehr hab ich nicht Okay Die Triebocke sollten eigentlich weit genug schießen können Um, ich sag mal Da Trouble zu machen Das ist schön, dass die Ratte jetzt hier so ein paar Trupps mit vorgeschickt hat Guck mal, ein Triebock Zerschießt den Turm Du zerschießt den Turm Zoll, habt ihr gut gemacht, ihr Idiot Oh nein Die laufen da jetzt zwar durch, aber ist nicht schlimm Genau, ich zerschießt erstmal diese Türme, bevor ich mich da jetzt nähere Müssen die erstmal weg So, grundsätzlich könnte ich jetzt auch mal ein paar Dervische machen Geld habe ich jetzt ein bisschen Der Wisch, das ist eigentlich ganz gut Zum Feuerwehr von Bardo und der Burg her Das klingt nach dem Beginn eines netten Witzes Kann ich die Ratten überreden, um eine Offensive mit zu starten? Also der Grüne vielleicht nicht, aber Ach, wobei, warum nicht? Alles klar Ich brauche noch mehr Schwertkämpfer Scheißdreck wirst du Jetzt werde ich nicht zulassen, dass du mich anführst Du kannst deine Truppen da selber reinjieten, wie du möchtest Achso, hier oben hätten wir ja auch noch ein paar Holzressourcen, die wir uns noch holen können Eigentlich Brüchte nichts dagegen Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr Okay, jetzt soll ich die Steuer mal nicht hören Ah, okay, es ist gerade die Kerzenproduktion, die hängt ein bisschen hinterher Da sollte ich mal was dran ändern Der ist nicht in der Lage, diesen Turm da zu zerstören Ich brauche auf jeden Fall mehr Holz Also Holz ist echt Echt ein Problem Irgendwie habe ich das Gefühl Okay, jetzt haben sie es Sehr gut Oh, was hier auch richtig gut schmecken würde Wäre jetzt irgendwie so ein totes Tier oder so Sätze, die ich so niemals sagen würde Ich schieße mal hier eine schöne Kuh rein Ich will sehen, wie das aussieht Seid ihr dumm? Oh, da kommt die Ratten-Truppe Ich glaube, ich habe zu früh die Richtung geändert Feuer frei Ah, jetzt ist zu spät So, okay Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt Das möchte ich aber auch mal meinen Sammelstelle für Schutzwand und Wie die Bogenschützen direkt da vorne gesetzt Oh, Junge, Junge, Junge Was für ein Bombardement Direkt mal dort wieder Ausbildungslager zu stellen Wo ist eigentlich die andere Ratte? Ah, lass mich raten Die ist hier durch den Durch den Kalif durch Und ist dabei natürlich Ihr ehemalig verendet Wahrscheinlich Eine Nachricht der Ratte Wir gewinnen diesen Krieg Dank mir natürlich Ja, natürlich Hast du brav gemacht Bist eine gute kleine Ratte Eine gute kleine Ratte Unsere Werkzeuge sind bereit Das ist ein Gemetzel Das ist ein Gemetzel Das stimmt wohl Oh, shit Die Kollegen habe ich nicht bedacht hier Wir haben bessere Waffen als wir Wir werden angegriffen Ah, bessere Waffen Pappalapapp So, okay Der wird jetzt einfach nur niedergegittet Was mit den Morchenmördern? Irgendwie funktionieren manchmal Die Befehle nicht so Ich habe das Gefühl So, die können sich schon mal bereit machen Für den letzten Kampf Mein Ort Ihr habt nicht gelesen Gold Um diese Einheit auszubilden Eine Nachricht vom Sklavenkönig Der Tod Macht mir keine Angst Okay Gut Dann haben wir Das erledigt Dieses Mal Hatte dir Glück Aber Seid vorsichtig Bauer Lass mich kämpfen Wie er mir nicht mehr diesen Sieg gönnt Absurde Frechheit So, da kommen jetzt Eine Nachricht der Ratte Schaut Bauer Bald werde ich das Kommando über eine andere Burg haben Wir brauchen die folgenden Wagen Bitte sendet sie uns sofort Lordschaft Wie können wir dienen? So, die werden wir dort schön abfangen Ihr habt nicht genügend Gold Um diese Ausrüstung zu bauen Ja, das ist jetzt natürlich nicht so nice Irgendwie Aber gut Es sind ein paar Lanzenträderratte dabei Also passt schon Das sind nur Sklaven Was wollen die schon machen? Berühmte letzte Worte Nachsatz Das soll denke ich übergreifen Das Feuer Und tschüss So Jetzt machen wir den Pass zu Wir bewegen uns Schließet den Pass Diese Rekruten ey Oh man Okay, kommt eigentlich schon Eisen langsamer rein? Yo Yo, wir können jetzt mal gucken Ich meine jetzt brauche ich das Eisen auch nicht mehr Jetzt ist es zu spät Aber Können wir trotzdem mal gucken Dass wir die nochmal mitnehmen Der versucht die echt wieder neu zu bauen Okay Aber einfach wird es Denke ich mal nicht Ich werde die Tribocke hier aufstellen Auf jeden Fall So viel sollte Klar sein Ja, Sire At your service Nee, glaube ich gesagt Ja, Sire Baumeisterabteilung Zieht los Tja, der Kalif Wird nochmal eine ordentliche Nummer Ich meine klar Mit Bomben und so Wird das schon machbar sein Aber Ja Stärkungstruppen So eine richtige Leichte Armee Ist das Ich kann sogar die Zivilisten Angreifen Warum man Nein, nicht den Heiler Ich habe irgendwie immer das Gefühl Dass die Heiler immer gefokust werden Von Bogenschützen Die schießen schon Die schießen schon Ich könnte Mehr Schilde gebrauchen Ihr habt nicht genügend Gold Um diese Ausrüstung zu bauen Wir werden angegriffen Kalkulieren Ja, Sir Mein Lord Gucken wir mal Ja, der hat einen großen Brunnen stehen Hat er auch kurz überlegt Ob ich die Enden anzünden soll Aber Der wird sich da wahrscheinlich Sehr gut Irgendwie Löschen können Okay, bis das geht's Da volles Risiko Erstmal sage ich noch Die anderen Ratten Bescheid Eine Nachricht der Ratte Ja, wir werden angreifen Ich werde euch einführen Die müsste ja dann quasi Von hier kommen Irgendwie Die sollen den eigentlich nur ablenken Mehr nicht Die werden den eh nicht besiegen können Eine Nachricht vom Kalifen Kann mich denn niemand Dieses verfluchten Eindringlings entledigen Wir sind eure Leute Unsere Sehnen Ich hoffe, das sind Viele Bogenschütze Okay, die Tribocke Die machen Einen krassen Job Was für ein Feuergefecht Die haben gar keine Scheinzeit Oh shit Ja, okay Das wäre super Wenn die das schaffen könnten Dieses Heuballenwerfding Zu zerstören Noch geht das Okay, hier können sie Den Bergfried von hier aus Wenigstens gut lernen Komm, was wir noch Gar nicht gemacht hatten War mal ein Sturmbock Aber ich probiere es mal Mit einem Sturmbock Dann können die auch kommen Cool Jetzt frage ich mich Haben die Ratten jetzt schon Ihren Angriff gestartet Oder haben die das einfach abgesagt Wieder Ich glaube, die haben einfach abgesagt Wieder Ich glaube, die kommen da nicht Ehrlich gesagt Oder ich habe es irgendwie verpasst Aber Die grüne Ratte macht hier tatsächlich was Cool Sehr gut Das macht schon Spaß Die Bogen zu zerschießen Sehr gut Die Ratte hat sogar das Ding zerstört Ist ja klasse Was kann ich was jetzt passiert So gut So, ihr seid die 1 Eine Nachricht der Ratte Wir brauchen die Folge Okay, krass Also das hat uns doch ganz gut geklappt Sehr gut Ja gut Wenn die da jetzt rauskommen Dann Schicke ich mal alles rein Was ich so habe Der Vater sprach über euch Bauer Okay Ah, okay Ich verstehe Das sind also die Das sind also die Kinder der Ratte Ich verstehe Das ist der Kalifje Die stehen nur da Ich weiß gar nicht Kämpfen die jetzt Oder kämpfen die nicht Ich weiß nicht Manchmal ist es ein bisschen Es wirkt manchmal ein bisschen Verpackt irgendwie Ich bin einfach so gespannt Dass dieses Strollen Unreal bringen kann Meine Potenzial ist da Mit Unreal Engine Aber Naja, wer weiß Ich hoffe, dass es dann Nicht solche Technischen Schwierigkeiten Gibt wie hier Weil ich sag mal so Crusader 2 Töte 50 Feindliche Burgherren Hab ich bekommen Als Achievement Okay Ich sag mal so Strollen Crusader 2 Kann schon Spaß machen Wir sind siegreich Seil Der Spruch Okay Warte nicht Hab ich noch nicht gehört Wie gesagt Irgendwie macht es Strollen Crusader 2 Hat schon einen Reiz Aber Es wirkt halt einfach Technisch so unausgereift Ich weiß nicht Vielleicht geht es nur mir So Okay Das war die Mission Flussbiegung Die uns lange Aufgehalten hat Nehmen wir doch Einfach mal Eine Sneak Peek In die Mission Inselparadies Oh Ach du Scheiße Warte mal Ich alleine Gegen drei Ratten Und zwei Shars Ui Na das kann ja was werden Ich meine ich hab 4000 Gold Die KI 2000 Ich werd natürlich wieder Auf normal starten Und versuchen Das Zu machen Hm Ich würde wahrscheinlich Versuchen Die Ratte Hier oben zu rushen Das wär glaube ich Das sinnvollste Und dann mal gucken Ich glaube ich hab hier Eisen Das ist schon mal gut Also heißt das Armbrust schützen Wir werden sehen Ja na gut Dann sag ich an dieser Stelle Vielen recht herzlichen Dank Fürs Zusehen Und ja Dann werden wir mal schauen Wie wir uns in der nächsten Mission Hier auf dem Inselparadies Machen werden Macht's gut Bleibt gesund Und ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal